Wo finde ich denn hier die Terrakotta-Armee? Kann ich damit auch telefonieren? Hallo? T-G-1-D. Er ist ja hier am Rumprollen mit seiner 4 PS-Karre. Hallo, liebe Freunde von BEWEGT. Ich mache heute einen Tagesausflug und zwar zu einem ganz bestimmten Thema. Die Terrakotta-Armee und das Vermächtnis des ewigen Kaisers. Eine Terrakotta-Armee-Ausstellung im Blautal-Center in Ulm. Es gibt mit einem tagesaktuellen Ticket aus dem BEWEGT-Tarif 2 Euro Rabatt für diese Aufstellung. Und die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ich freue mich, ich nehme euch einfach mal mit. Auf geht's. Da sind wir auch schon, Hauptbahnhof Ulm. Jetzt fahre ich noch ein paar Stationen mit dem Bus zum Blautal-Center. Hier ist der Eingang. Hi, ich würde ganz gerne die Terrakotta-Armee anschauen. Gibt es hier natürlich noch die Möglichkeit, da so einen Audio-Guide mitzunehmen. Kann ich damit auch telefonieren? Hallo? Klimaanlage. Die macht gar nicht mit. Ich suche jetzt mal den Chef von dem Center. Sind Sie Herr Reuter? Ich bin Herr Reuter. Ja, ist ja optimal. Wir finden eigentlich die Kombination aus Einkaufen, Kunst, Kultur und vor allen Dingen auch solchen Ausstellungen gerade für die Zukunft von Einkaufszentren sehr empfehlenswert. Er ist ja hier am Rumprollen mit seiner 4 PS-Karre. Das sind ursprünglich über 8.000 Tonfiguren. Die ganzen Figuren waren nämlich ursprünglich mal bunt. Es ist beim Öffnen der Grabkammern in Verbindung mit der Luft, ist die Farbe abgesplittert. Das ist er übrigens, der erste Kaiser von China. Qin Shi Huangdi. Das Gesicht ist tatsächlich frei erfunden. Man weiß gar nicht mehr, wie der ausgesehen hat. Sehr, sehr gut. Yo, das war also mein kleiner Tagestrip zur Terrakotta-Armee. Für euch aber noch der Hinweis, liked und folgt uns gerne bei Instagram, bei Twitter und auch bei Facebook, da freuen wir uns sehr drüber. Letztens war ich übrigens auf der Sanierungsbaustelle auf der ECE-Strecke Mannheim-Stuttgart. Wenn ihr es euch auch anschauen wollt, gerne da oben klicken. Das war es von mir für heute. Macht's gut, bis bald.